Guten Tag, wir sind endlich nach Artunara angekommen. So, das ist auf Sichtpunkt hier mit einer weißen Statur. Und so, da kann man noch weiter sehen, die höchsten Punkte. Oh Gott, eine andere Seite. So, jetzt kurz, kurz. Artunara liegt, Thorsten, wie viele Kilometer? Ich glaube, 1205 oder so Kilometer hoch. Meter, Meter. Also, wunderschöner Ort. Hier ist kälter als unten in Mas Palomas. Das ist 15 Grad hier, aber trotzdem sonnig. Und schöner Außenblick. Und dann geht es jetzt da. Solche Pompidische. Liegt kleine Wolken oder ich weiß nicht, wieso. Bisschen dichte Schüchte. Lüft ist trotzdem gut, aber so ist das. Lüft ist einfach. Und jetzt kann ich. hotel. Vielen Dank.